Immanuel Kant ist einer der einflussreichsten modernen Ethiker überhaupt und der zentrale Begriff seiner Ethik ist der des kategorischen Imperativs. Von dem gibt es mehrere Formulierungen und hier geht es jetzt um die bekannteste dieser Formulierungen, um die sogenannte Universalisierungsformel. Handele nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ich vermute, Kant meinte das ähnlich wie meine Eltern, wenn sie mir früher gesagt haben, stell dir vor, das würde jeder machen. Damit meinten sie nämlich nicht nur meine konkrete Handlung, ich hatte zum Beispiel gerade als Vierjähriger eine Kaugummiverpackung entspannt auf den Bürgersteig fallen lassen, sondern sie meinten die Grundeinstellung, der ich da wohl gerade gefolgt bin, etwa immer wenn der kleine Matthias mag, dann lässt er seinen Abfall einfach mal fallen. Kant nennt so eine allgemeinere Handlungsregel, der man folgt, eine Maxime. Und er fordert sinngemäß, stell dir vor, jeder würde nach deiner Maxime handeln. Mit anderen Worten, deine Maxime würde durch deinen Willen zu einem Naturgesetz und fragt dich dann zweierlei. Erstens, ist das überhaupt widerspruchsfrei denkbar, dass jeder nach deiner Maxime handelt? Man kann ja nämlich nicht alles widerspruchsfrei denken, zum Beispiel, dass es ein rundes Dreieck gebe. Und zweitens, wenn es denkbar ist, kannst du es denn aber auch wollen, zum Beispiel, dass überall Müll rumliegt. Beides zusammen wird normalerweise als Verallgemeinerungstest oder eben Universalisierungstest bezeichnet. Und Kant meint, unsere eigene Vernunft, nicht nur er, fordere von uns, unsere Maximen eben diesem Test zu unterwerfen. Und Maximen dann zu verwerfen, wenn sie diesem Test nicht bestehen. Und das ohne Ausnahme zu machen. Daher kategorischer Imperativ. Imperativ gleich Forderung, Befehl und kategorisch unter allen Bedingungen. Wie ist das nun aber genauer gemeint mit dem Nicht-Denkbar und Nicht-Wollbar? Nehmen wir an, ich will schwarz mit dem Bus fahren, weil in Wiesbaden finde ich die Fahrpreise viel zu hoch. Meine Maxime wäre dann so in etwa, ich mache es mir zur Regel, das öffentliche Verkehrswesen zu nutzen, ohne den regulären Fahrpreis zu zahlen, weil ich das Geld sparen möchte. Nun prüfe ich diese Maxime daraufhin, ob sie sich überhaupt widerspruchsfrei verallgemeinern lässt. Und ich stelle leider fest, nein, denn das Wiesbahner Buswesen finanziert sich durch den Verkauf von Fahrscheinen. Und wenn alle schwarz fahren, dann hört es entsprechend auf zu existieren. Und ich kann mein Ziel, nämlich schwarz fahren, nicht erreichen. Schwarz fahren klappt also eigentlich nur, wenn ich für mich ein Sonderrecht beanspruche. Oder ein Beispiel kann es, ich mache es mir zur Maxime, mir einen Kredit zu besorgen, wenn ich in Geldnöten bin, wohlwissend, dass ich den Kredit aber leider nie zurückzahlen werde. Das zerstört, wenn das jeder macht, die soziale Praxis des Kreditgebens und ich bekomme keine Kredite mehr. So etwas nennt man in der Kant-Forschung einen praktischen Denkwiderspruch. Manche Kant-Forscher meinen allerdings, es ginge Kant gar nicht um solche praktischen Denkwidersprüche, sondern nur um sogenannte begriffliche Denkwidersprüche. Zum Beispiel, ich erlaube mir, ungestraft zu stehlen. Verallgemeinert wäre Stehlen dann ja erlaubt. Aber gibt es erlaubtes Stehlen? Ist es dann überhaupt noch Stehlen, wenn es erlaubt ist? Meine verallgemeinerte Maxime könnte also etwas Ähnliches sein wie ein rundes Dreieck. Prüft doch selbst mal die Universalisierbarkeit der Maxime. Ich lüge, wenn ich denke, dass mir das nützt, auf diese beiden Denkwidersprüche, also auf praktische und begriffliche. Ich soll mich ja nun laut Kant aber auch fragen, ob ich denn überhaupt wollen kann, dass meine Maxime allgemeines Gesetz werde, also dass jeder nach ihr handelt. Diese Aufforderung wird häufig mit einer Variante der goldenen Regel verwechselt, nämlich mit dem, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Dazu meint Kant ausdrücklich, das meine er damit nicht. Denn damit könne ja zum Beispiel der Verbrecher gegen die ihn strafenden Richter argumentieren, ihr wollt doch selbst nicht zehn Jahre ins Gefängnis. Kant hat zum Willenswiderspruch selbst folgendes Beispiel. Ich habe die Maxime, ich helfe anderen nicht, wenn die in Not sind, wenn ich da keine Lust zu habe. Und ich habe selten Lust. Wenn jetzt jeder nach dieser Maxime handelt, ergibt sich zunächst mal kein Denkwiderspruch. Anders als beim Schwarzfahren. So eine Welt, wenn auch nicht sehr erfreulich, ist ja durchaus denkbar. Wie auch, dass jeder einfach seinen Müll fallen lässt. Aber meint Kant, es gibt hier einen Widerspruch innerhalb des Willens selbst. Ich muss nämlich, meint er, aus Selbstliebe wollen, dass mir selbst in Notlagen von anderen geholfen wird. Gleichzeitig will ich aber gemäß einer Maxime handeln, die verallgemeinert gerade ausschließt, dass mir in Notlagen regelmäßig von anderen geholfen wird, wenn die das können. Mein Wille widerspricht sich also in gewisser Weise selbst. Jetzt noch ein bisschen Kritik an der Universalisierungsformel. Man kann, was mögliche Willenswidersprüche anbelangt, zum Beispiel bestreiten, dass es psychologisch notwendig sei, zu wollen, dass einem in der Not geholfen werde. Und so jemand müsste dann laut kategorischem Imperativ anderen auch keine Nothilfe leisten. Und es ist auch manchmal ein Problem, die eigene Maxime richtig zu formulieren. Schon Hegel hat Kant zum Beispiel vorgeworfen, mit einer entsprechend clever formulierten Maxime könne man sich alles erlauben oder anderen verbieten. Vielleicht hat Kant deshalb seine moralische Grundidee noch auf andere Weisen formuliert, insbesondere in der berühmten Der Mensch als Zweck an sich Formel. Und auch die sollte man kategorisch kennen, wenn man Kant's Ethik und Grundzügen verstehen will. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020